Heute habe ich mal wieder meine alte Dateikiste geöffnet und habe ich mal so überlegt, wo gibt es denn die eine oder andere Videodatei, die ich für ein Video verwenden kann. Und da bin ich auf Gameplay von Süße Diebe Astro Bot Herausforderung gestoßen und das könnt ihr jetzt in diesem Video in vollen Zügen genießen. Es ist noch ungefähr 50 Kronen her, wenn man es in dieser Währung sagen will. Also ihr wisst ja wahrscheinlich alle, wann die Herausforderung war. So ungefähr Ende Februar oder noch ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Auf jeden Fall genießt das Video in vollen Zügen. Ich habe jetzt Gameplay für euch. Chillt einfach, lehnt euch zurück. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.